friedensvertrag unterzeichnet der federationsvertrag mit dem ferengi unterzeichnet mit dem federationsvertrag diplomatische nachrichten sind eingetroffen neue vertrag mit dem ferengi beruhigt viele bürger die einheit wird alle feindlichen schiffe angreifen alles zum schutz dritte runde kolonieschiff kostet 4680 güter bestellt das vertrag abgelehnt sie haben wir davor schon gemacht sie haben strengt uns nicht zustimmen ok